Hallo, das war XI und diesmal mit keiner Ankündigung, sondern eigentlich nur mit einer Benachrichtigung. Wir haben uns spontan dazu entschieden, das Smaragd Chaos Randomizer Naslog Rennen weiterzuführen. Dieses Video dient wie gesagt nur der Benachrichtigung. Wir fangen demnächst an, je nachdem ob es technische Schwierigkeiten gibt oder nicht. Die üblichen Informationen findet ihr wieder in der Beschreibung. Und ja, in dem Sinne, bis gleich! Bis zum nächsten Mal.